Hallöchen Youtube, ich bin jetzt mal wieder euer Mazza85Helte. Wir hatten ja in der letzten Feuhe und letzten mal unser Forstprojekt angefangen. Die ersten Stämme verkauft. Das erste Held verdient. Wir machen jetzt noch weiter bis wir ein bisschen Geld aus dem Konto haben. Und dass wir ein bisschen die Produktion in Younger haben. Holz ist ja nicht viel. Bäumen und Schmeißen und sowas. Daher, so zielen wir erstmal Baumstämme und machen mal ein bisschen Forstprojekt hier auf der Karte. Wollen wir den Baum nicht umschmeißen. Dann müssen wir noch mal woanders ran fahren. Daher machen wir jetzt noch ein bisschen Forst und wir kommen. Denn wir müssen halt uns ein bisschen Methyl beschäftigen hier. So. 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 So posición. So. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.